Willkommen zu der Runde der Runden Raymoxie mit Dalu, jetzt sagst du Alex und mit Manus. Hallöchen ihr Holzköpfe. Sag mal nett. Guten Tag. So nett sind deine Leute auch immer. Unfähig ist ein Anagramm, Leute. Stellt mal die Buchstaben um, da kommt Holzkopf raus. Nicht early? Du bist auch ein Holz. Hey. Early ist, wenn es rückwärts lief. Nett sein. Nein. Holzkopf rückwärts ist Early Boy. So. Aus Spielstellen. Aus Spielstellen. Ach komm. Hau drauf Buschi. Hier, da werden sie direkt gebannt. Early im Gegner Team ist einer, der so ungefähr auf deinem Humor Level ist. Welcher ist es? Annaldestroyer. Ich hau mich weg. Der ist gut. Annaldestroyer. Dimitri meinst du? Ja. Ich vermisse diesen Typen mit dem geilen Profil, ey. Das made richtig my day. Sachs hatte letzte Woche eine Einleitung gemacht und mich als Dimitri vorgestellt. Er hat alles aus seiner Aufnahme, die nicht gestartet hat. Irgendwo in der Mitte, oder? Ich verstehe halt echt, wie du auf Dimitri gekommen bist. Wo ist die russischen Map halt? Ja, aber russen Map, wie kommt man denn trotz dessen dazu, Dimitri zu sagt? Fallen dir noch andere russische Namen mit D ein? Also ich weiß, wenn du mal drüber nachdenk, länger fällt. Ja, aber warum sagt man denn Dimitri statt da, Lukac? D, D. Sachs war voll drin auf der russischen Map. Der Wittspieler? Ja. Gut. Wieso spielen wir denn da mit Tark? Ich glaube, was war denn das? Mute? Ne. Warte. Warum sind die Maps alle so scheiße aufgebaut? Warum ist die denn Tark hell? Huch. Wow. Oh. Ich glaube, ich habe gerade was umgeschmissen hier. Ja, ja. Und die spielen Geisel. Ist doch viel besser, ey. So, ich komme jetzt auch mal. Da ist eine Kesselwand. Hier ist auch eine Kesselwand, okay. Alles klar. Mach auf mal. Ich mache jetzt mal die Cam hier hinten weg. So, Cam ist weg. Werf eine Blende rein. Werf eine Blende rein. Ich werf keine Blende rein. Bitte nicht bewegen, wenn du guckst. So, dann kann ich an dir vorbeischauen. Hast du so, dann soll ich mir an die Mitte. Wow. Sega-Modul habe ich. Habt ihr das schon mal gehabt, dass diese Dinger angefangen haben zu zünden? Ja, das ist sehr oft, dass sie nicht hochgehen. Und dann gehen die einfach nicht hoch? Ja. Das ist Mira. Ne, weiter Dings. Das könnte Mira-Fenster sein. Bin mir auch nicht sicher. Sieht verbuggt aus, ja. Stimmt. Ne, ich glaube das ist dieser Hebel, den man da benutzt. Da könnte aber einer stehen. Ja, noch eins. Alle drei Jäger sind drin. Wenn du eins erschossen hast, dann gibt es jetzt keins mehr. Dann hat der alle drei hier drin gehabt. Der ist nur ein Gegner noch drin oder nicht? Oh, den da. Hinter euch! Ne, der kann nur auf den Balkon gehen. Bleib mal da stehen, sagst du. Ja. Direkt rechts in der Ecke ist einer. Ja. Und natürlich auch hinten rechts in der Ecke. Ja. Hinten rechts und direkt rechts. Alex, passt da auf? Aha. Hast du da jemanden? Ich hoffe, dass ich früh genug ziehe. Wenn du reingehst, guck nach rechts. Ich guck nach hinten rechts über dich rüber. Da hinten in dem Bücherregal ist auch einer, ja. Völlig. Jetzt kommt er genau dann. Jetzt der hinten rechts, sagst du, als nächstes. Ja, brauche keine Munition mehr. Ja, muss ja auch nicht. Du musst mit dem Schild auf ihn zugehen. Scheitert, links ist jetzt einer. Links ist einer, Leute. Hab ich. Hösses, das war der. Kein, kein Mira. What the fuck. Leute, wer macht denn da auf? Ja, ich lass ihn doch mitbekommen, du Bobo. Ja, da steht genau. Ja, ich weiß, dass da einer steht. Das war ja auch bekannt. Die Geisle kann mitgenommen werden. Ja, da muss die Harley reden. Ich hab die Geisle. Kümmer sich jemand um den auf dem Balkon. Weil der wird mich gleich holen. Hammer time. Da geradeaus, rechts, Olli. Da. Da. Bei Sachse irgendwo, oder? Anal Destroyer. Anal Destroyer. Wurde mit Mama verprügelt. Richtig anal, doch. Deswegen hab ich mir extra den geholt. Toll. Hab ich nur wegen seinem Namen gemacht, ja. Early, äh, Early sei schon im Laden. Du will also die Kills abstrauben, indem er mich vorher killt. Nee, erst mal, ich sag, in dem Raum ist einer. Und ich hau die Tür auf. Ja, du sagst nicht, dass du aufmacht. Ja, aber du hast es gehört. Ja, da war ich schon tot. Nee, nee, nee. Ich hab ja sogar schon dreimal reingepiekt in den Raum. Nee, nee. Wie hast du ihn da reingepiekt, wenn der zu war? Ja, ich hab ihn aufgemacht, hab dreimal geguckt. Wir hatten ein Feuer gefecht, irgendwann wurdest du erschossen. Und du sagst, boah, du hast die Tür aufgemacht. Bei mir war das wiebel schnell, bei mir ist das Geräusch gekommen. Ja, du bist auch schon ziemlich langsam. Wie alt bist du? Ja, eben, ey. Wir haben schon einige hin und her Schießereien gehabt. Jahrelang schwere Verletzungen. Die Rundenzeit war fast um, solange haben wir da gekämpft. Echt? Wie fährt man überhaupt noch? Schon noch zwei Minuten. Ach ja, geil. Wir haben was richtig ätzend irgendwie, finde ich. Und dann über uns kann man alles aufsprengen, ne? Komplette, äh, wie nennt man das eigentlich? Decke nennt man das. Links, rechts Wände, unten Boden, oben Deck. Aber die Decke ist auch im Boden gleichzeitig. Und das ist ne Definitionssache von wo man drauf guckt. Decken? Ne, muss ja nicht dasselbe sein. Das können ja zwei Lagen sein. Über der Decke kann ja noch der Boden sein. In der Regel ist der Boden und die Decke auch eine unterschiedliche Lage. Siehst du? Echt? Was ist da was dazwischen? Außer in Amerika, da ist das halt ein Holzbrett. Warte, warte. Aber selbst da so, da mit den Balken. Das muss nicht sein bei den Ami-Häusern. Ich hab irgendwie Lust, hier zu sein. Ich hab irgendwie Lust, hier zu sein. Ich hab irgendwie Lust, hier zu sein. Machst du da noch Zusatz? Oder raus? Oh Gott. Ne, vergiss es. Jo, jo, jo. Könnte hier gleich mal jemand die Wand aufsprengen? Ja. Wie weit kann ich wegmachen? Keiner ist im Hostage-Raum und die andere Seite ist auch nicht gedeckt. Mach jetzt auf. Mach jetzt auf. Ich bin im Hostage. Danke. Ja. Ja, Fenster im Hostage-Raum. Angeschossen hat noch 50. Echt. Oh fuck, hier ist ja nichts verstärkt. Die kommen doch nicht rein, weil Schild ist davor. Lasst mir die Seite hier, Leute. Ich hab einen guten Spot und die Echo drin, dass ihr auf die andere Seite geht. Ja, wir kommen da nicht mehr rüber. Ja, durch den Rauchen. Glauben durch. Fenster rechts, Alex. Hier, ne? Ja. Äh, theoretisch kannst du auch noch zu machen, Early, die Tür, wenn es zeitlich passt. Welche? Die jetzt, genau. Nein, jetzt wird es weit. Da wurde drin schon. Jetzt. Ja, genau. Jetzt stehst du drin in der Tür. Nicht, dass du von hinten erschossen wirst. Wow, hier geht ja alles. Die Edge ist immer noch dort. Ja, links ist auch einer an der Tür. Ja. Drone. Sorry, wie suchst du denn? Shit. Hängt am Fenster. Hat einem angesagt. Ja, ich wollte sie halt holen und war halt ein Pixel, den sie von mir gesehen hat. Oh, die ist drin, das siehst du, ne? Na, ich brauch gleich Hilfe, glaub ich. Na, bei mir ist halt auch noch einer, da kommt der jetzt schon wieder mit der Drohne. Ich warte noch auf den. Oh, ich hab noch... Immer noch am Fenster ist drin. LOL, ich hab mich selber gedacht. Sehr gut, ja. WTF, ich war schon le... Kackspieler zur Erde. Ist bei mir, ist bei mir. LOL. Hallo, Ash. Uh. Komm her, Baby. Das sind nicht unsere, oder? Unsere Hostage-Down, oder? Ja, ja. Unsere? Was? Wer hat die Down geschossen? Ja, aber wer hat die Down... Ash ist ja nicht unsere, das war ja Gegner. Die Feinde haben die Down geschossen. Ja, genau, das war die Frage. Also, ja. Die Feinde haben sie verletzt. Ich weiß, Leute... Wie unfähig ist eigentlich mein Operator? Der Text ist unterschiedlich. Ja. Du warst unfähig. Nee. Du hast die Impact-Granate vor dir ins Regal geschmissen. Ja, aber ich war schon längst links rum bei mir. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich hab sozusagen die geworfen mit der linken Hand. Ja. Und da hat sie aber mit der rechten Hand geworfen. Was macht die denn sowas? Sind alle rechts. Ja, die sind alle rechts. Ah! Die komischen Brasilianer da mit ihrer Rechtshändigkeit. Mann, ey. Dabei hab ich mich ja versucht wegzudrehen, weil ich aus Versehen rauf gekommen bin, ne? So, auf jeden Fall interessant aus. Oh, Early, ey. Heute in der Session habt ihr aber auch Kills, ne? Oh, wieder oben. Gleicher Raum wie grad eben, glaub ich, ne? Komm schon, Early. Ich glaub an dich. Ja. Nein, hol dir sonst zwei Kills, du Mustard. Wow. Der über ist der FPS-Rot. Der hat einfach nur ne fucking Pixel von mir gesehen hat. Was hast du gesehen? Die Ash hat nen Pixel von mir gesehen und die Pixel angeschlossen über Internet. Das ist Rainbow Six. Ach, hier. Oh, nur dachten, das war'n schick. Ach, 1,28, ey. Der Netgo ist schuld, sagt er, ja? Ja, 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 ja. Aber... Ganz durfte... Ah, schade, ich wollt grad sagen. Was? Wenn einer ne Claymore hat, auf den Balkon hier, wär nice. Also, wenn einer da rüber geht, ne, aber wenn wir da ne Claymore hinlegen, dass er da nicht um die Ecke gucken kann. Wir haben nämlich selbe Ausgangssituationen wie gerade. Sagst du, könnt ihr wieder mit dem Schild hin kommen? Ich hau wieder das Fenster auf. Der kriegt irgendwann Headshot, dann kommt wieder. Oder so. Ja, geht wieder rechts in die Ecke. Ist wieder, Dirk. Ach, ich konnte ihn nicht töten. Ich hab ihn echt gut angeschossen. Also, da hilft einer noch. Steht immer noch rechts halt in der Ecke, klar. Da steht er... Da hab ich den nicht getroffen. Ich möchte nicht alleine. Ich glaub, geh da hoch, du kannst dich da oben gut abschießen, Alex. Geh mit hoch. Nee, er kam hier gerade. Warte, warte, warte. Ja, aber da liegt doch ne Claymore oder nicht? Problem ist, er kann die Claymore halt locker erschießen. Ach, das kriegt der doch nicht hin, der Bobo. Links. Davon noch. Vor mir. Ich sag dir jetzt, Kunde, da wird's eigentlich, wenn ich gekillt. Ja, ich komm mal, warte. Ist draußen. Doch immer noch vor mir. Ja, links. Hast du doch gesehen, links an der Tür. Rechts. Alle drei jetzt in den Raum. Das war der erste. Das war der... Das war der... Denk immer noch an links die Tür. Ah. Und jetzt. Ja, links die Tür ist zu. Die werden alle nach und nach da rein rennen. Die Tür wird... Da ist jetzt der Typ von rechts. Ja, natürlich. Alle greedy hier. Einer ist noch angeschossen. Ja, vor mir. Da, ja. Da, ja. Äh, steht jetzt da. Okay. Ja, warte kurz. Gib mir 30 Minuten. Ist wieder zurückgezogen. Ist wieder dort. Ja, ja. Warte rechts. Bin gleich auf... bin aufm Weg. Ich mich immer noch an. Immer noch hier. Gedowned. Warte. Nicht bewegen. Ja, wenn du ihn... Ja, geht kaputt. Und wieder noch kaputt gehen. Aber sagst du, wir können ihn vielleicht sehen. Ja, da ist doch klar, dass die zwei Daumen abgefangen wird. Oh, leck. Okay, jetzt geht's wieder. Wo ist der letzte? Es wurde auf jeden Fall geschossen. Es hat gerade einer geschossen. Das heißt, der hebt den wahrscheinlich auf. Nehme ich an. Hat jemand Läser? Das ist mein Läserponder. Ich geh mal kurz zurück. Ich sag, der hebt den auf. Die haben keine Bären fallen und keinen Kapkanal. Oder was war das erste, was gestorben ist? Warte ich fang? Hey, von mir. Von mir an der Türe. Genau durch das Loch. Rechts davon. Immer noch. Wow. Ja, beide stehen wieder. Wir sind beide. Nein. Wir sind ja nicht durch. Sehr egal. Ja, letzter links. Der steht halt auch immer noch da! Wow. Beide haben sich nicht bewegt. Wow. Absolut, wow. Das ist ja richtig. Am Anfang machen die mal ernst. Und wenn du dann 5 gegen 1 hast oder so sitzen, wird halt gar nichts mehr gemacht. Aber war wieder eine sehr schöne Runde. Alex, hast du gut gemacht. Jo. Ich musste ja kaum was machen. Der hat alles Sachse gemacht für mich eigentlich. Sachse stand da und du konntest drum rum schießen. Ja, fantastische Runde. Alex, gut gespielt. Sachse, gut gespielt. Early wie immer. Standardleistung fand ich gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Like me. Tschüss.